Ja, hallo meine Freunde, der Sonne da sind für Vito und ja, heute ist Mittwoch, genau, heute ist Sonntag und ich habe mir mal gedacht, kommt Sonntag, können wir auch mal eine Runde League of Legends aufnehmen. Oh, warte mal, ich gehe mal hier hin. Und mal gucken, ob ich gewinne. Ich bin gespannt wie ein Flitzebo. Was macht sie? Hä? Hä? Was ist denn bei der los? Als ob die jetzt, oh nee, ey, ich hoffe, das ist jetzt nicht so eine, die ich dachte, dass die in der Mitte ist. Und die jetzt, ähm, Edithino aus, ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet, dass die Edithino ausgewählt hat, weil nichts anderes, ja, mehr offen war oder so. Na mal gucken. Na gucken, wie ist ihr, äh, mit ihr auf der, ähm, auf der Botlane läuft. Ich bin gespannt, wie er Flitzebogen, äh, 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 das ist ja Prestige, aha, der Prestige-Skin. Sieht fast aus, irgendwie hat, hat ein Mittel was bei Yasuo hier, äh, ich kann jetzt gerade nicht gucken. Ich will zwar, was hatte der vor, äh, du Egel-Paket, du. Okay, ich werde mal hier warden, so, weil wir doch ein bisschen extrem pushen. Ich würde mir gerne noch mal den Yasuo-Skin angucken wollen. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Jetzt echt? Aller, als ob. Vielleicht hat er jetzt seine Hex angemacht, kann natürlich auch sein. Das ist halt scheiße, ich kann halt absolut nichts machen, wir pushen zu krass. Ich kann halt wirklich nichts machen. Weil wir viel zu nah am Tower sind. Wir sind viel zu nah am Tower. Jetzt kann ich was machen. Was macht nur unser Jungler? Oh, fuck, ey. Er kommt da übelst gemütlich an. Ah, schön. Es ist halt wirklich so anstrengend. Ich, alter, die geht mir echt auf den Sack, ne? Also, solche, ähm, ADCs mag ich leider nicht so. Die mir auf den Sack gehen. Zum Glück habe ich da gewordet. Da habe ich wohl das Pony erwischt. Oh, was ist das Problem? Oh, oh. Alter, wir können halt absolut nichts auf der Lehne hier gerade machen, ne? Also, die Farm zwar sehr gut, ja, stimmt. Aber ich würde auch gerne Kills haben wollen. Dafür müssen wir die aber pushen lassen. Ich denke mal, das will sie aber nicht. Ich denke mal, das ist das Problem. Ja, war okay. War okay. Kann ich mal aufhören jetzt. Wehe. Wehe. Alter. Das war irgendwie voll... Nee, alter, die war wirklich noch auf der Lehne. Alter, warum bleibt die denn auf der Lehne, ey? Meine Herren, wie dumm ist das? Das war jetzt halt einfach sinnlos und free kill. Die werden jetzt Bergdrecher noch snacken. Snicken. Hm? So, und ich denke mal, Spony wird wieder hierher kommen. Irgendwie, also die ganze Zeit, das Gepingel geht mal übel auf den Sack, ne? Hab sie schon mal gesagt, das ist ja voll nervig. So, dann werde ich mal ganz kurz hier einfach... Ah, hier ist ein Kingi. Ja, ne, das wollte ich hier. Ich hasse Mana, Alter. Ich hasse ohne Scheiß Mana. Mana geht mir so auf den Sack. Echt jetzt. Ich werde mir jetzt... Also einmal die Schuhe holen. Ich muss mir echt angewöhnen, mir mal wieder Mana-Items zu holen. Weil das doch ein bisschen nervig ist mit Leona. Ah, Support sind hier Mana-Items dabei. Jetzt schon mal noch. Konvergenz. Wäre nicht schlecht, ne? Konvergenz kann ich mal holen. Das erste Lichtdämmer. Hat der jetzt gerade seine Ulti eingesetzt? Das war dumm. Oh, 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 oh. Ich finde seine Dingsüberskull... Äh, seine Gangs. Beste Gangs EA West. Ähm... Boah, ich spreche es halt nicht auf, was ich jetzt gehen soll, ne? Können natürlich jetzt, äh... Eiskall... Ah, komm, ich... Wir gehen auf aggressiv. Wir gehen einfach jetzt auf aggressiv. Da machen wir, glaube ich, nichts falsch. So, wie sieht es denn hier oben aus? Hier sieht es halt aus. Okay. Äh, von Farm her sind wir natürlich, äh, weit, weit, weit vorne. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mitte sieht auch sehr gut aus. Weiß ich, in der Theorie ist immer alles so einfach wie beim F. Ja, das Pony kommt, glaube ich, runter, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Genau deshalb wollte ich gerade meine Ulti noch nie einsetzen. Leider ein bisschen zu spät. Haben sie schon gecatcht, aber ist nicht so schlimm. sehr schön. Okay. Damit habe ich endlich jetzt nicht gerechnet, dass sie das macht. Okay. Dein Team hat einen Turm zerstört. Dein Team hat einen Turm zerstört. Sehr schön. Ähm, da haben wir zumindest schon mal die Top-Lane. Die Mittel in Uni-Bot-Lane sehr gut. Das heißt, wir können relativ gut jetzt, äh, move-en. Innen. Innen. Okay. Okay. So, das Problem ist, die werden natürlich jetzt move-en, ne? Wir werden jetzt schon relativ fix auf, ähm, ähm, ja, versuchen, auf Teamfight zu gehen. Okay. Hammer. Nein. Okay. Wäre natürlich richtig geil, wenn wir es schaffen, die Mädchen komplett einzureißen. Das wäre natürlich richtig insane. Jawohl, sehr schön. Damit können wir wirklich sehr gut hin und her move'n. Ja, die wird weggegangen sein. Oh, sehr geile Lehn. Sehr geile Lehn. Die Lehn müssen wir natürlich jetzt mitnehmen. Sehr schön. Richtig gut. Damit haben wir auch schon mal die... Die, die, die Top Lehn. Und Trey kommt auch langsam. Okay, die interessieren sich dafür überhaupt gar nicht, ne? Das ist halt scheiße, sowas. Oder auch doch. Danke dafür. Dann werden wir mal den Pinky hier... Problem ist, hier die, die gutste. Reicht uns gerade die Top Lehn... Ach, die reichst uns wirklich komplett gerade die Top Lehn ein, ne? Ja. Das ist bescheiden. Das ist bescheiden. 08 steht, äh, lol. Da steht 08, lol. Habe ich gar nicht so... Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ist ja wunderbar, Mensch. Das ist ja wunderbar, Mensch. nein da wird kein wort hingestellt nein habe ich gesagt ja okay vielleicht kriegen wir jetzt einfach die bottle noch das wäre natürlich sehr schön zerstört auf den tower mutti geht auf den tower hier gut das war doof okay das war doch jetzt von mir so weil ich wollte unbedingt den tower haben so sorry aber immerhin haben wir den tower ich muss mal jetzt ganz kurz hier gucken ich brauche irgendwas was mir wirklich extrem viel mana gibt 500 mana was kannten der erhält wenn du erzählen und du hältst drei zusätzliche mannach kommen wir machen es einfach ist es total dumm aber wir machen es einfach ich will einfach nur mannach haben wir irgendwie so doof halt ich weiß ich baue mich gerade total bescheuert aber es läuft eigentlich relativ gut jetzt okay ach fuck alter war halt so dumm jetzt von mir gespielt ich weiß halt immer nie was er vor hat das ist immer so grüßchen er hat sich richtig geil wenn wir zum tower bekommen okay somit haben wir die mitte und können baron machen aber warte mal nee wir holen jetzt noch die botlen okay damit damit hat uns ja so gerade richtig komplett auseinander genommen das muss man echt sagen das hat er so richtig gut gemacht leider hat das ja so jetzt gerade gut gemacht ja damit dass er die ulti von mf komplett geblockt hat ist natürlich der damage komplett verloren gegangen und der hat er auch wieder mehr ist heute noch alles wäre voll auch die die haben halt drei drachen aber wenn wir die nächsten mehrere starbe kommen wir natürlich richtig cool irgendwas wollte ich jetzt sagen also er hat er hat er hat er hat er hat er ja von seraph hat er auch noch hatte er auch noch entschuldigung hatte meine herren hat er ja auch noch blockiert das ist ein richtiger facebook blockiere Eigentlich macht das auch nie wirklich Sinn, wenn wir jetzt die Midlane runter rödeln. Wir sollten eigentlich lieber die Botlane machen. Wir sollten das hier lieber angreifen. Oh lol, ja mach mal hier. Schaffe ich das? Oh nein. Doch, ich glaube. Scheiße, ich bin erstmalig. Aber ich weiß, was ich sicher schon immer noch nicht. Aber ich kann natürlich wiederholen. Auch hier habe ich東 und guckst, was ich? Was ich oder was ich? Oh, ich bin total. Ja, ich werde es nicht verletzen. Dann haben wir mal und gefährdet. kill alles jawohl jawohl das war okay das war okay das war okay double kill ja komm poni kriegt man auch noch ich glaube wir haben gewonnen ja das haben wir dann doch geschafft sehr schön cool freut mich jawohl poni können wir noch aber ich glaube nie poni wird immer viel ausrichten können als ob die nie beenden ok ein komm mal hier und ich werde schon mal hier vorwurten also vorwurten ich werde ein wort empfehlen das ist bei mir vorwurten also scheiße drauf oder verkaufen jetzt einfach shit happens park wo warten das item oder das alte muss noch okay mit er ist klar wieder aufgebaut ich glaube nach mit dem haben wir extrem spät gemacht ich muss sagen die haben einen echt guten genre sehe ich gerade 6 1 da kann man echt nicht meckern man ok wir haben gewonnen oh krass ich hoffe es hat euch gefallen wir sind definitiv da die packen so tief in der nächsten aufnahme ist ein haut rein und schieß